Der hier zum siebenten Mal läuft. Viermal war er bester Österreicher. Diesmal wird er zweitbester Österreicher sein. Weil jetzt die 400 Meter Marke überlaufen hat. 400 Meter Marke noch bis zum Ziel. Auch ihm wird es um eine Minute nicht reichen. 2.20 war so in etwa das Ziel, aber sein Kämpfer Roman Vega, das wissen wir. Auch er wird etwa eine Minute länger brauchen, als er sich das vorgenommen hat. Dann auch den letzten paar hundert Metern Begleitung von einem Mann, der auch aus Kenia gerade zurückgekommen ist. Christoph Sander, einer der besten jungen Läufer, Mittelstreckler. Mit dem Andi Walter jetzt in Kenia war. Die musst du auch, glaube ich, zu tun ein bisschen, oder? Der ist bei uns in der Firma angestellt. Da muss man viel Zeit zum Laufen haben. Da haben wir den Christoph. Bei so einem Chef ist es natürlich Verpflichtung, oder? Gehört dazu. Bei uns gibt es immer Freiräume für Sport. Nein, er ist ja nicht Vollzeitbeschäft, er ist Student. Roman Vega mit einer Zeit, ja, zwei Stunden, 21.20 in etwa seine Endzeit. Aber er hat natürlich schon gewusst, dass es sich rund um 2.20 abspielen wird. Wenn er es schafft, ist gut, wenn es eine Minute mehr ist. Er muss auch damit leben, eben aufgrund der, man hat das schön gesagt, mit seinen knapp 40 Jahren, man muss mehrere Pläne auf Lager haben, zum Beispiel aufs Plan.